Ich kann Sorge geben, im letzten Traum. Man kann nichts mehr nehmen, im letzten Traum. Sie verliert einen extrem sensiblen Menschen, einen wahnsinnig guten Texter, Musiker, Komponist, einen Sprüchenklopfer, einen lustigen Typ, einen guten Kumpel. Oh, 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 Alperose, sieh das, sieh den. Ich denke, seine Lieder sind im Volksgut geworden. Und das ist doch immerhin etwas wert. Ich finde, sie haben eine sehr grosse Bedeutung. Wenn er ja selber auch schon erzählt hat, hat er es natürlich sehr gefreut, wenn irgendwo ein Kind auf der Schulreise seine Lieder singen. Das ist natürlich etwas Schönes, das kann man erleben als Musik. Das ist natürlich etwas Schönes, das kann man erleben als Musik.